Die Dawn Princess ist wie ihre Schwesterschiffe Sea und Sun Princess ein wahres Paradies auf hoher See. Erbaut im Jahre 1997 wurde sie bis heute mehrfach renoviert, um ihren Ansprüchen stets gerecht zu werden. Kommen Sie an Bord und erleben Sie die imposante Atmosphäre des Atriums im Herzen des Schiffes. Genießen Sie die unterschiedlichen Angebote in der Atrium Lounge oder der Winothek. Erholen Sie sich in einer Innen-, Außen- oder Balkonkabine. Sie haben die Wahl. Mögen Sie es etwas luxuriöser? Dann stehen Ihnen die Suiten mit mehr Raum zur Verfügung. Alle Kabinen sind komfortabel und gemütlich eingerichtet. Ein besonderes Highlight ist das Speisen auf Ihrem Balkon, was Ihnen unglaublich viel Freiheit und Komfort gibt. Entdecken Sie auf der Dawn Princess die Poollandschaft, die jede Menge Raum für Erholung und Erwechslung bietet. Genießen Sie das atemberaubende Freilichtkino Movies Under the Stars, das eine unvergleichliche Atmosphäre schafft. Darüber hinaus finden Sie auf Deck 15 einen Rückzugsort, der ausschließlich für Erwachsene zugänglich ist – The Sanctuary. Genießen Sie erholsame Momente im Lotus Spa. Massagen, Kosmetikanwendungen und vieles mehr erwarten Sie hier. Lassen Sie sich gerne zu den einzelnen Anwendungen beraten. Für sportliche Aktivitäten steht Ihnen zusätzlich ein Fitnessraum zur Verfügung. Wann, wo und mit wem Sie speisen, das liegt ganz bei Ihnen. Zur Auswahl stehen zwei elegante Restaurants mit festen oder flexiblen Tischzeiten. Den italienischen Geschmack finden Sie in Verdi's Pizzeria. Eine zwanglose Atmosphäre erwartet Sie im 24-Stunden-Buffet-Restaurant Horizon. Natürlich können Sie auch jederzeit vom Zimmerservice Gebrauch machen und ganz privat auf Ihrer Kabine speisen. Machen Sie sich bereit für unzählige Unterhaltungsmöglichkeiten an Bord, wie dem Monte Carlo Club Casino oder dem Nightclub mit stimmungsvoller Musik. Nehmen Sie Platz in der Vista Lounge mit allabendlicher Live-Unterhaltung oder lassen Sie sich von bekannten und eindrucksvollen Shows im Princess Theater begeistern. Gestalten Sie Ihre Kreuzfahrt auf der Dawn Princess ganz nach Ihren Wünschen. Buchen Sie jetzt und sichern Sie sich 50 Euro Bordguthaben. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie uns gerne kostenfrei an.